ein schnuriges willkommen zu panty spielt eternal darkness und ja wir sind genau da wo wir aufgehört haben ich habe noch nicht mal geladen oder irgendwas dafür habe ich natürlich meine hausaufgaben gemacht seit letzter woche und mich darüber informiert was denn zu tun ist und zwar bin ich einfach tatsächlich nicht auf den trichter gekommen dass ich einfach mal abwarten könnte manchmal liegt nicht in der kürze die würze sondern einfach wenn man so und zwar wir können wir können den attacken ausweichen und wenn wir das gemacht haben dann macht er den hier während er den da macht sollte man einen level 3 angriff es ist nur die frage in der anleitung ist level 3 jetzt ja gut ja doch level 3 würde ich sagen ist der stärkste angriff immer machen kann und wahrscheinlich hat man dafür genau die zeit also jetzt kann man angreifen ich bin immer magische energie auf land aber ich glaube meine normale energie auf also wir müssen dreimal ausweichen damit er dieses komische ding macht das hat nicht geklappt das muss ich jetzt erst dann muss ich jetzt noch mal lernen hier aber aber ausweichen abgesehen davon sollte ich vielleicht die erholung direkt so machen also man soll sich immer hier links und rechts bewegen jetzt den magischen angriff ich bin gerade zu doof magische attacke war die sonne in der höchsten stufe wahrscheinlich bin ich jetzt natürlich nicht mehr aufgeladen was magische energie angeht habe ich noch einen trank die die habe ich alle verbraucht okay ich probiere es trotzdem weiterhin ausweiche und mich bewege das lädt nämlich meine magische energie auf dauert halt ein bisschen so ja ok tatsächlich einfach ein bisschen rechts laufen dann kann er nicht mehr vorhalten interessanterweise und was wir auch schon gelernt haben nicht zu nah rangehen am sitzen benutzt er einen schnellen angriff und hier waren wir zu langsam also ich muss tatsächlich hier wo er wo er eher ist das ganze zimmer wahrscheinlich muss er jetzt erstmal wieder energie sammeln um mich angreifen zu können das ist etwas doof ja und ich möchte hier ein bisschen konzentrieren jetzt kann ich natürlich einfach den hier machen jetzt nicht mehr so weil ich muss schließlich in der nähe bleiben um dann den angriff machen zu können so was ich jetzt mache ich gehe jetzt her und ordne zu den hier auf rechts wahrscheinlich wieder zu spät die anleitung sagte auch man soll man soll im richtigen moment hört keinen ton wird mir im stream gerade gesagt das versuche ich mal zu korrigieren sollte vielleicht dafür auch das richtige obs aufmachen das hier es ist sehr interessant weil ich kriege hier ton tatsächlich gesendet von allem das ist weird sehr weird ich muss mal eben hier tatsächlich so dann würde ich sagen ich mache hier mal eben einen cut und pausiere die aufnahme und versuche erstmal das ton problem zu lösen so hier bin ich wieder das problem habe ich gelöst ganz kurz die peinlichkeit direkt mal für alle zeiten auch für die ganze welt festhalten ich habe in dem streaming obs den tonquellen keine tonspur zugeordnet und das ergebnis davon ist dass ja nichts im stream landet dazu zur info ich benutze zwei ob es instanzen gleichzeitig denn ich nehme das ist vor allem für die auf twitch interessant ich nehme quasi nur den bereich des spiels auf so dass ich ihn jetzt da nicht irgendwie rausschneiden und wieder vergrößern muss oder so sondern ich nehme tatsächlich roh auf was aus der durch die box reinkommt und mein gelaber durch das mikrofon dann in eine eigene tonspur so dass ich danach wirklich nochmal die aufnahmen auf youtube den ton abmischen kann und das ganze wird über eine technologie die sich indi nennt in ein zweites obs geleitet was auf dem gleichen rechner läuft und was dann den stream macht und da habe ich die obs quellen keinem wahrscheinlich sogar wochen lang keinem keinem sync zugeordnet oder keinem track kann man kann jeden jeden ton jede tonquelle einem von sechs audio tracks zu und dann bei der aufnahme sagen welchen er aufnehmen soll und beim stream eben einen dieser tracks streamen und ich streame mit track 6 nehmen das alle mikrofon immer auf track 2 auf und das spiel immer auf track 1 so kann ich dann halt abmischen und track 6 wird nicht mit aufgenommen aber halt gestreamt und da sind immer alle drauf und ich habe die einfach nicht zugeordnet gehabt so aber jetzt jetzt aber weiter im text wir müssen unsere energie auf naja ich verstehe jetzt auch warum warum der mir magische energie abzieht die leute wisst ihr was jetzt wo ich weiß was ich machen muss lade ich einfach mal habe da noch meine dinge meinen alkohol aber dennoch danke darko husky dafür dass du mir das gesagt hast ihr das sonst nicht ach ja ja so ist das halt und auch noch die einen schönen Abend so die finsternis naht für die finsternis naht gibt es nur eins kekse feines selection dann mal auf einer bis Das würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt den Spruch neu machen muss. Deswegen mach ich das ja. Ein Drachi. Hallo Aira. So, die magische Attacke haben wir wieder bereit und die weize ich auch direkt zu. Ich hoffe, dass ich die richtige Ausrichtung habe, Leute. Das wäre mal verdammt peinlich. Aber ich bin mir sicher, dass die hier immer funktioniert. Das war doch die Ausrichtung, die immer funktioniert. So, okay, also dreimal ausreichen. Das war jetzt einmal. Ich weiche tatsächlich jetzt dreimal aus. Es hieß, wenn ich dreimal ausweiche, dann blinkt er komisch und dann könnte ich die magische Attacke der Stufe 3 machen. Ich würde immer sagen, Level 3 heißt nicht ein 3-Punkt-Zirkel, sondern heißt eben der dritte Zirkel. Das ist dann eben der siebene. So, Leute. Moment mal. Moment mal. Ich muss doch gar nicht mehr Energie aufladen. Das war, glaube ich, jetzt hier mal 2. Ich war da einfach mal 1. Ich glaube aber, dass dieses Blinken hier gemeint ist. So. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das ist halt bei dem Steuerkreuz ein bisschen blöd. Da drückt man sehr schnell in die falsche Richtung. Da hat er mich erwischt. Und das hat ihm auch nichts gemacht. Das ist die Nahkampfattacke, die er auch ziemlich gut spammen kann. Tatsächlich. Ich weiß, ich habe die Tränke, aber ich muss hier i3 mal ausweichen. Ja, zuviel zu dem Thema. Ich würde sagen, ich heile mich erstmal und dann nehme ich den Drang. So, jetzt nehme ich den Drang. Und dann gucken wir mal. Ich versuche es jetzt einfach beim nächsten Mal nicht. Das ist wahrscheinlich, umher muss ich die Ausrichtung genau matchen. Ich habe ganz fest in Erinnerung gehabt. Doch, das hat gesessen. Das hat gesessen. Und es hat scheinbar mehr als einmal gesessen, weil Stufe 2 kommt erst nachdem man ihn dreimal getroffen hat. So, ich habe tatsächlich ein kleines Stück vorgelesen, während ich Sachen gemacht habe. Und zwar sagt der Anleitung, man soll die Zombies nicht angreifen, sondern ihn. Das ist natürlich jetzt die Frage. So nicht. Also wenn ich die Zombies angreife, dann wird er wahrscheinlich einfach neue bespüren. Das heißt, ich gehe jetzt hier nach hinten. Die Zombies nach hinten. Ja, der macht scheinbar, solange die beiden Zombies da sind, macht er nichts. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, ich führe die jetzt an der Nase rum. Ich heile mich hier. Ich ziehe mir jetzt magische Energie rein, indem ich hier einfach zumindest weglaufe. Und dann werde ich an die Front rennen und die Attacke machen. Meine Hände sind so verschwitzt, dass ich von dem Joystick hier abkutsche. So. Da war ich zu nah dran. Dang. Äh, genau. Ich wollte gerade sagen, hallo Kamera, willst du wieder? Dankeschön. So, dann hole ich mir die Zombies wieder nach hinten. Nehme die hier. Und so. Hier hin. Die Rune war noch nicht fertig ausgesprochen. Die ganze magische Energie ist zunichte. Die ganze magische Energie ist zunichte. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen den hier. Und, äh, ich hoffe das reicht aus. Ja, wir müssen die schwitzigen Pfoten abwischen. So. Nein. Das war auch falsch, aber es hätte nicht ausgereicht. Ich wollte mal meine geistige Energie etwas heilen. etwas weniger verrückt werden. Könnte vielleicht rufreich sein. Und diese irren Kamerafahrten sind hier auch für das Spiel ziemlich normal. So, komm. Zweimal hinter. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich weiß. Ich guck Gronkh. Hehehe. Okay. So, jetzt aber nochmal. Äh, da wollen wir. Holung 3. Grün. Die Mitte kommt. Die beiden. Das war ein wenig. Ja, okay. Und das frisst magisch. Nee, das ist natürlich sehr intelligent gemacht. Tatsächlich kämpfe ich gerade am meisten dagegen, dass mein Daumen von diesem Knüppel abputschen möchte. Ich habe nichts irgendwie, äh, mit dem ich den gummieren könnte oder sowas. So. Jetzt wird das hier erledigt. So, halbe Energie haben wir. Die reicht wahrscheinlich nicht aus. Gucken wir mal, ob die halbe Energie reicht. So, der andere Daumen ist schon da. Hier hin? Nein, die reicht nicht aus. Gut. So, dann. Sie sind fast voll. Jetzt lohnt es sich kaum, so ein Getränk zu nehmen. So, ob die jetzt nicht die schnellsten sind, kann ich hier auch einfach so machen. So, das ist, dass ich nicht stehen bleibe, weil stehen bleiben heißt ja, eine magische Energie zurückkriegen. So, machen wir dann hier zwei. So. Voll sehr schön. Daumen rauf. Nein. Nein. Das ist interessant. So. Oh. Das ist die stille. Das hier ist die stille. Ich hätte ganz nach links gehen sollen. So. Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Jetzt wird er wieder neue Zombies beschwören. Ähm. Habe ich noch Zeit? Wie lange habe ich Zeit? Reicht das für eine Zeit? Jetzt sind sie aber weg. So. Jetzt hat meine Energie. Ich sollte noch was trinken. Jetzt spawnt er wieder neue Zombies. So. Die hole ich mir nach hinten. Ich glaube, ich habe ihn zweimal getroffen. Ich habe den Strahl gesehen, der auf ihn zu ging. Also zu 13 muss ich erstmal dafür sorgen, dass sie alle zu mir kommen. Was möchtet der wieder so? Ich weiß, dass er am Ende her geht. Also es müssten drei Stufen sein, die ich besiegen muss. Jedes Mal wird diese Grenze hier ein Stückchen näher an ihn herangerutscht. Also ich habe weniger Platz quasi. So. Daumen. Und ich mache es von hier. So. Ja. Beziehungsweise nein. So. Dann mache ich halt die Finalschläge jetzt erstmal. Ohne magische Energie zu verbrauchen. Etwas Sanity zurück zu holen. So. Jetzt beschwört er wieder neu. Und ich habe kein Getränk mehr. Tja. Kein Mutmachgetränk. So. So. Jetzt schön an der Grenze entlang hin und her laufen. So. Das ist egal. So. Das ist eine etwas komische Taktik, dass man damit quasi die magische Energie wieder auflädt. So. Die Zombies tun. So lange ich nicht ihm zu nahe kommen. Der seinen angst. Jetzt sind sie wieder alle zusammen. Das ist gut. Alle zusammen sind immer gut. So. Nochmal. Das sieht doch nicht schlecht aus. Erstmal hier ins Eck. Schön. Dann hier hin. So. Das sieht doch nicht schlecht aus. Erstmal hier ins Eck. Schön. Dann hier hin. Tatsächlich hole ich mir jetzt lieber erstmal die Sanity. Ich muss ja dann jetzt gleich denen ihre Blicke antun. Die ja mich wieder Sanity kosten. Keine Ahnung ob ich tatsächlich Schaden mache. Ich sehe den. Ich probiere es jetzt mal in rot. Gut. Äh. Genau. Das sind ja Sprüche. Magische Attacke. Volle Power. Äh. Ja. Ich wollte es noch nicht sprechen. Ich wollte es jetzt zu holen. Das muss man natürlich hier machen. Und dann. So. Also im Endeffekt ist es so. Man. Ähm. Kann einen starken Angriff machen. Muss dafür aber auch dann lange Zeit haben. Um gestört den Spruch zu sprechen. Das ist natürlich nicht immer gegeben. So. Dann gehen wir mal nach rechts. Was sagt denn hier unser. Ja. Ein bisschen vielleicht noch. So. Das ich jetzt nicht vorwende. Und dann habe ich keinen. Das wäre peinlich. Also noch einmal hin. Oder einmal hin eher gesagt. Noch mal. Gänsemarsch. Und dann noch mal von der Seite hier. Hier. Mal diesmal mein weißes Feld. Das ist zu nah. Nö. Wieder einmal komplett. Ja. So. Jetzt sieht man auch, dass die Zombies nicht sonderlich stark sind. Die können sich auch mit einem Schlag gegenseitig abschlachten. Und hier ist die Energie auch wieder. Ziemlich gut gefüllt. Ich würde sagen. Wir probieren es nochmal. Nehmen mal diesen schwarzen Blut her. Scheinbar muss ich die Attacke machen. Ah. Okay. Okay. Ich muss die Attacke machen, wenn er blinkt. Das heißt. Jetzt. Jetzt gleich müsste ich angreifen. Und jetzt muss ich erstmal wieder aufladen. Okay. Das heißt. Ich muss die Zombies so kaputt machen. dass hier ... wenn ich, äh, jetzt könnte ihn angreifen. Also, da bricke ich Zeit. Ja, ich muss einen schwarzen Angriffen machen, oder? Hör das mal aus, ja Weil dann sind die Zombies vorne Und dann muss ich einen schwachen Angriff machen, weil Ich muss ja auch vorne stehen Das heißt, ich muss die magische Attacke wahrscheinlich sogar auf drei So Sprechen Zuordnen Und zwar dahin Sollte Produktionen übernehmen die haben Dass ich die einfach Genauso Und jetzt will ich Dass er sie neu beschwört Wenn er das tut, dann will ich angreifen Das ist dann Hier würde ich sagen Das ist nämlich die Gefahr Deswegen habe ich den kurzen Zauber gewählt Plus Ja, ich bin so, dass er angreift Aber tatsächlich Wenn er blinkt, greift er nicht an Dann muss ich mich dazu wissen Ja Nein Nein, keine gute Idee Finalschlag ist kein Ich muss mich dazu sagen, dass er nicht mehr ist Ich muss hier die Ebene entlang laufen Das Problem ist halt, ich muss Das ist gar nicht so einfach, weil Und dieses Steuerkreuz ist ja so empfindlich Wenn man mit dem Daumen nur in seine Nähe kommt Nimmt das irgendeine Richtung ran Ich glaube, ich sollte das eh auf den Ceylon legen Dass ich nicht so quer mit dem Daumen muss Das mache ich jetzt auch So, zuordnen Das ist die Gewohnheit, einfach doppelt zu drücken Und zwar hier auf Y, genau Was ich mache, ist, ich locke die Zombies zu mir Und renne dann so weit vor, wie es nur geht Und mach die Attacke Sobald er wird zu leuchten, jetzt Das scheint ein Treffer gewesen zu sein, ne? Zumindest gesehen, wie Ich kann es nicht erkennen, ehrlich gesagt Ob ich jetzt getroffen habe Ich habe auf den Kreis geguckt und nicht darauf, ob er noch geleuchtet hat oder nicht Also Ich würde sagen, ich gucke jetzt tatsächlich nochmal nach Und lese mir die anderen beiden Stufen durch Weil das bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier Zwei Stunden lang nur an dem einen Gegner verzweifeln Und Ich mache hier also dann mal ein Die Folge zu Ende So Ich bin hier gefangen in den Gedanken Von dem Gegner hier so ein bisschen Oder wie man den bekämpft Also ich mache dann Schluss für diese Folge heute Und Ja Wir sehen uns dann also nach Weihnachten wieder Von daher wünsche ich euch auf YouTube Ein frohes Weihnachtsfest Wie gesagt, wir sehen uns am Nachweihnachten wieder Wenn ich mich nicht erinnere, sollte das der 28. sein, ne? Ja Gut, also bis dann Und dann sollte ich tatsächlich auch die Stufe 2 hinkriegen Also Ciao, miau Und dann